Ziele in Bewegung. Wir gehen nach Plan vor und schnappen ihn lebend. Na prima. Wir machen das für Harry. Wir töten ihn, wenn wir können. Deimos kommt mit uns. Koste es, was es wolle. Und gehackt. 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 Schalten! No! Status, Ziel ist entkommen. Er muss seine Operation anders finanzieren. Wenn Deimos nochmal auftaucht, wird Viper Strike bereit sein. Okay. Beste Maps am Anfang. Ja, Happy Birthday. Und... Und können dann... Genau. Ja... 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 Das ist aber noch jemand in dem Raum... was ist ja der ach man sie haben um mich herumgelaufen ich hab die kriegst du das fenster hab ich dich der war das eigentlich letzte mal der gesagt hat tatschankas waffe ist geil muss ich recht geben das ist zur absicht ich hab's da ist noch einen noch einer noch eine headshot tot sie geht er mir habe ihn anderer raum und danach habe ich der amaru also war zu zweit habe ich jetzt mit dann ein bisschen geholt zumindest war nie mal überholt 16 punkte das ist schwierig in der minute wir spielen zugleich ja gesagt ja zwischendurch falls aber mal so zehn oder so da ging es eigentlich aber naja alles gut jetzt war mal mit dem sieg gestartet im des menschen damals trotzdem auf die fresse gekriegt habe ich noch nein jetzt ist er tot scheiße da kann doch der karte hinterher schweiß granate die habe ich bis kurz ich muss nur nachladen da kommt noch einer schreck mich doch nicht so hilfe der ist aber grundsätzlich auf den kopf der typ ich glaube ich war das gerade wir haben aber zwei leute dabei die haben so viele wie unser stärkster so was versautes dabei ist es doch nicht mal mit der nacht weiter Untertitelung des ZDF für funk, 2017